Hallo ihr fantastische Menschen da draußen, willkommen zu einer neuen Pickup-Folge. Es ist lange, lange her, aber da fühlt sich auch so richtig, richtig was an, mit was in meine Sammlung reingekommen ist. Unter anderem, ihr habt es wahrscheinlich am Thumbnail gesehen, ein relativ teurer Kracher. Ich würde sagen, wir fangen mal mit dem OVP-Gameboy-Kram an. Denn ihr wisst sicherlich, wenn ihr meinen Kanal so etwas länger schon verfolgt, ich sammle eher nur Module. Manche sagen auch Modul-Ratte, bin ich da. Aber so ein paar OVPs habe ich. Das seht ihr hier vielleicht auch so im Hintergrund hier so ein bisschen aufgestellt. Denn ich möchte gerne die OVPs haben, von den Spielen, die ich als Kind hatte. Und wie ihr wahrscheinlich auch alle das selber gemacht habt, die meisten zumindest wahrscheinlich von euch, wenn man als Kind die Spiele bekommen hat, die Verpackung, die hat man dann einfach so weggeworfen. Weil, wozu? Es ist ja nur eine Verpackung. Also man hat das jetzt nicht irgendwie großartig aufbewahrt oder ähnliches. Hätte man schon damals gewusst, dass man das später auch sammelt und gerne auch die Originalverpackung hätte, dann wäre es etwas alles ganz anders gewesen. Aber daher versuche ich mir die so ein bisschen nach und nach, sage ich mal, wieder zu besorgen. Und als erstes habe ich hier Alleyway. Alleyway sagt euch wahrscheinlich vielen was. Das ist auch eines der Spiele, die ganz am Anfang erschienen sind. Das ist im Prinzip so eine Art Breakout- oder Akanoid-Klon von Nintendo selbst. Die haben ja so gleich zum Start so ein paar tolle Spiele, so ganz einfache Spiele herausgebracht, so von dem Genre so ein bisschen, um natürlich auch so ein bisschen zu zeigen, hey, das kann der Game Boy. Und natürlich auch gleich zum Start auch so eine kleine, ja, gute Spielebasis auch zu bieten. Weil da war es ja noch nicht ganz am Anfang klar, dass sie auch wirklich so diese riesige Unterstützung bekommen haben, die sie dann auch später bekommen haben. Und daher mussten sie natürlich von jedem Genre sowas rausbringen. Das gab es natürlich neben Alleyways, Solar Striker und so weiter. Aber die meisten Spiele werdet ihr kennen. Und das Spiel habe ich damals auch gleich relativ zum Anfang bekommen, weil so viele Spiele gab es da dann auch nicht. Und ich habe das wirklich hoch und runter gespielt. Einfach dieses Prinzip, das einfache Spielprinzip, dass ihr halt dieses Paddel habt und mit der Kugel dann halt ein paar Blöcke abschießen müsst. Kennt ihr ja alles das ganze Spiel. Es reflektiert die Kugel natürlich im korrekten Winkel. Ihr müsst dann halt immer mal schauen. Es gibt hier natürlich noch ein paar extra Power-Ups und so weiter. Macht wirklich sehr viel Spaß und deswegen muss es auch als OVP in meine Sammlung. Deswegen, das nächste OVP habe ich eine schon ungewöhnliche OVP. Ihr seht selber hier an dem Format. Es ist F1 Race. Ja, das habe ich mir damals mit meinem Bruder gekauft. Auch relativ am Anfang. Auch hier wieder dieselbe Story wie mit Alleyway. Kampfer Nintendo, relativ zeitnah zum Start. Ist halt ein Rennspiel aus der Rückenperspektive. Ihr fahrt halt mit einem Formel-1-Wagen verschiedene Fantasiestrecken entlang. Also da gibt es natürlich jetzt keine lizenzierten Strecken oder ähnliches. Und es ist einfach, aber gut. Und jetzt werde ich euch jetzt vielleicht fragen, okay, warum ist es die Verpackung so besonders? Warum ist sie so groß? Da war ein Vierspieler-Adapter mit dabei. Das heißt, ihr konntet ja eure Gameboys mit diesem Linkkabel verbinden und dann konntet ihr halt gegeneinander spielen. Und mit diesem Adapter konntet ihr bis zu vier Gameboys zusammenspießen. Und das unterstützte das Spiel natürlich auch. Das heißt, ihr konntet mit vier Leuten quasi mit den Gameboys um die Wette rasen. Und ich kannte ehrlich gesagt keinen, der das damals irgendwie mal gemacht hat. Auch so in den Kommentaren höre ich von euch immer nie großartig, dass das irgendwer nachhaltig irgendwie gemacht hat. Auch dieses Linkkabel, das war gefühlt damals immer so eine kleine Formelei. Manchmal klappte das oder manchmal nicht. Aber vielleicht war auch ich als kleiner Junge viel zu doof dazu. Was ich übrigens nicht wirklich rausschließen will. Ja, und weil das halt so besonders war und sich bei mir im Kopf eingebrannt hat, dass diese Verpackung so besonders war, musste ich mir die natürlich auch besorgen. Und das waren auch schon meine beiden OVPs. Und ich habe euch hier, bevor wir zu den klassischen Gameboy-Spielen kommen, auch noch ein kleines Gameboy-Advance-Spiel mitgebracht. Und zwar ist es Magical Quest starring Mickey Mouse. Und das Spiel, da mit dem habe ich so eine besondere Verknüpfung. Nicht auf den Gameboy-Advance, sondern eher auf den Super Nintendo. Weil es kam auch relativ früh im Lebenszyklus des Super Nintendos raus. Und das hat mich schon damals wirklich fasziniert. Ich habe das Ganze mir in den Club Nintendo Magazin angeschaut. Wie fantastisch das ausdraut. Ich konnte es damals irgendwie gar nicht glauben. Es ist ein sehr, sehr guter Plattformer, wo ihr Mickey Mouse spielt und eure besonderen Fähigkeiten, die kommen halt durch verschiedene Verkleidungen. So sei es zum Beispiel ein Feuerwehrmann und könnt ihr natürlich dann Wasser spritzen. Es ist halt ein Bergsteiger, wo ihr natürlich besser die Berge hochlaufen könnt. Und diese Verkleidung, die müsst ihr halt immer entsprechend wechseln, je nachdem, was das Level natürlich von euch verlangt. Und es kamen ja so einige Super Nintendo-Spiele auch auf den Gameboy-Advance, bei den 16-Bit-Konsolen und so weiter. Und unter anderem wurde halt das Spiel portiert. Und da ich ja meine Super Nintendo-Sammlung so ein bisschen verkleinere und mehr so in die Henthalt-Richtung gehe, bin ich natürlich froh, wenn ich das hier auch wirklich mal für einen Henthalt habe. Und die Umsetzung, die ist wirklich gut. Ihr seht es aber eigentlich, der Gameplay ist wirklich sehr gut umgesetzt worden. Das muss ich sagen, ist wirklich auch hier natürlich eine Empfehlung wert. Und jetzt kommen wir zu den klassischen Gameboy-Spielen. Und ihr seht es, das sind einige. Ich muss natürlich zugeben, das ist natürlich jetzt nicht alles Kracher, sondern da ist auch ein bisschen, ich sag mal, Masse dabei. Vielleicht so ein bisschen für euch als Hintergrund. Ich habe mir mal jetzt so vor zwei Monaten ungefähr, habe ich mir mal eine Liste für mich selber gemacht. Hey, eigentlich so ein Komplettset Gameboy bin ich ja noch nie so wirklich, ja, fokussiert irgendwie angegangen, dass sie gesagt haben, okay, ich will das jetzt unbedingt haben. Ich habe einfach mal so eine Liste gefunden mit allen europäischen Gameboy-Spielen. Das wäre halt so theoretisch mein Ziel, was ich halt alles sammeln möchte. Also alle Spiele, die in Europa hier erschienen sind, sprich alle Spiele, die ich als Kind theoretisch hätte haben können. Das will ich mir so ein bisschen, ja, wieder zurückholen, wie viele wahrscheinlich von euch. Und da ist mir aufgefallen, ui, da fehlen noch mehr. Ich habe ja irgendwie so 250, 260 oder ein bisschen mehr Spiele in der Sammlung. Und ich habe so ungefähr die Hälfte. Und dadurch so ein bisschen angestachelt, es vielleicht doch mal ein bisschen mit dem Fullset zu versuchen, bin ich losgezogen und habe mal versucht, auch die etwas günstigeren Lücken irgendwie ein bisschen zu füllen. Und deswegen sind es jetzt auch so viele Spiele geworden, wo auch jetzt nicht alle irgendwie wunderbar gut sind. Ich würde sagen, wir fangen an und zwar mit Adventure Island 2. Ja, Adventure Island, das ist ja irgendwie so eine Sache. Das erschien ja gefühlt wirklich auf allen Systemen damals der Zeit. Auf den NES, ich glaube auch auf den Master-Systemen erschien es auch. Und ja, das ist im Prinzip, das hat so ganz bestimmte Spielgefühle. Also ihr spielt den Higgins, glaube ich, hieß er. Und ihr müsst halt immer mit diesem Plattformer ein Level langlaufen. Das Problem ist, eure Zeit ist relativ begrenzt, weil er hat ziemlich Hunger und muss halt immer Früchte, die irgendwo im Level sind, aufsammeln, um quasi seinen Hunger zu stillen und damit euer Zeitlimit zu erhöhen. Das heißt, ihr seid quasi immer unter Druck. Ihr müsst immer weiter rennen. Mag jetzt erstmal gut klingen, aber die Steuerung ist hier und da nicht so ganz fair. Ihr habt natürlich auch ein Skateboard, wo ihr auch mal schnell fahrt und so weiter. Ich kam so in diese Serie ehrlich gesagt nie so wirklich rein. Also sie ist okay, sie ist nicht schlecht, das will ich gar nicht sagen. Aber definitiv gehört das nicht zu den Besten. Und das ist jetzt der zweite Teil, wo ich ehrlich gesagt ganz, ganz wenig Unterschiede zum ersten Teil irgendwie merke. Ich habe es natürlich jetzt auch nicht beide direkt hintereinander gespielt, ja klar. Aber, boah, also viel hat sich da ehrlich gesagt nicht getan. Wenn ich mir da irgendwie so andere Sprünge sehe, wie von Asterix zu Asterix und Obelix oder ähnliches, wo auch die Technik und so weiter alles verfeinert wurde, ist hier nicht der Fall. Ist aber ein okayes Spiel. Das muss ich sagen. Das nächste ist auch ein etwas teureres Spiel. Wobei ich sage etwas teurer. Möchtet ihr, dass ich auch meine Preise sage? Das könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare reinschreiben, weil ich bin eigentlich immer nicht so der Typ, der irgendwie jetzt unbedingt auf die Preise geiert und so weiter. Das ist jetzt auch jetzt bei diesem Thumbnail von diesem Video ist das so ein bisschen mein Experiment, weil ich natürlich auch mal so ein bisschen mal gucken möchte. Vielleicht wird das dann auch mehr geklickt für meine Videos und so weiter. Aber wenn ihr meinen Kanal schon etwas länger verfolgt, dann wisst ihr, ich bin nicht so irgendwie der Preis-Heinny, der irgendwie hier, das ist mein Schnäppchen des Tages. Ich bin ja auch nicht so der Preisjäger, sondern ich gucke, okay, gibt es irgendwo ein Angebot, wenn ich das Spiel haben will, ist es für mich okay? Also ich kann euch gerne immer dazu sagen, in Zukunft für zukünftige Videos, wenn ihr das haben möchtet, wie viel ich dafür bezahlt habe. Aber denkt daran, das sind jetzt keine super Schnäppchen oder sowas, die ich mache. Das ist halt nicht so mein Kanal. Oder es ist nicht so aufgebaut. Wie gesagt, würde mich mal freuen, wenn ihr das einfach in die Kommentare reinschreibt, dass ihr es für die zukünftigen Videos einfach mal weiß. Und ja, ein etwas teureres Spiel ist Bart and the Beanstalk. Das ist halt eines dieser schrecklichen, schrecklichen Simpsons-Spiele. Es gab ja so einige Simpsons-Spiele auf dem Gameboy. Ein gutes, das ist hier auch noch mit dabei. Zwei davon sind halt wirklich gut, nämlich komischerweise die, wo die Simpsons nicht direkt auftauchen, oder zumindest Bart nicht. Und ja, Bart and the Beanstalk, ihr könnt es vom Titel so ein bisschen ja schon erfahren oder euch denken, das ist so ein bisschen so auf die Märchenschiene und so weiter. Es ist halt ein Plattformer, es spielt sich genauso kacke wie Escape von Camp Deadly gefühlt. Also ich werde auch da irgendwann mal ein ausführlicheres Video machen. Ich habe da irgendwie vor Urzeit mal eine Quilzi-Folge gemacht, aber auch da will ich das ja mal so ein bisschen umbauen und etwas anders ausrichten alles. Ich weiß, ich habe jetzt mehr bezahlt, ich glaube, ich habe so 50 Euro für das Spiel jetzt bezahlt. Ich weiß noch, wie ich da damals schon vor drei Jahren bei einer Retro-Börse rumgetänzelt bin und da hat es 30 gekostet. Nein, das ist kacke und ich würde das nicht bezahlen. Ja, hätte ich damals vielleicht mal da ein bisschen mehr gekauft. Die Preise gehen ja alle hoch, aber gut, kennt ihr ja alle. Als nächstes habe ich Battletoads und Double Dragon. Da kommt auch bald ein Test oder ich weiß gar nicht, wann das Video hier erscheint oder ich glaube, das kommt, wenn das Video hier erscheint, nächste Woche der Test. Richtig, richtig gutes Spiel. Also, ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht so viel erwartet, weil Beat'em Up gibt es so einige Spiele auf dem Game Boy, aber die wenigsten sind wirklich, wirklich gut und klar, die Titleserie ist zum Beispiel gut. Double Dragon gibt es auch mal gute und schlechte Spiele. Battletoads ist eigentlich auch okay umgesetzt worden. Deswegen war ich etwas skeptisch, weil diese beiden Franchises kombiniert, was ja so ein bisschen die Urgesteine des Beat'em Up-Genres irgendwie sind. Klappt das, aber wirklich sehr gut. Also, das Gameplay haben sie wirklich richtig gut hinbekommen. Ihr kloppt euch da durch die Gegend, ihr könnt verschiedene Charaktere auswählen und so weiter. Macht wirklich sehr viel Spaß. Wie gesagt, nächste Woche schaut mal in das Testvideo rein. Lohnt sich auf jeden Fall. Dann habe ich hier als nächstes PC-Kit 2. Das ist ja auch so eine Art Maskottchen-Plattform. Ich weiß jetzt gerade aus dem Kopf gar nicht, welche Firma es in Slims gerufen hat. Das ist ja auch in PC-Engine-Spielen oder Konsolen, ja, so ein bisschen als Maskottchen etabliert worden. Und zwar spielt er hier so ein kleines Kind mit einem Wasserkopf. Also, der ist riesig. Und das ist natürlich wie der Plattformer. Ihr seht es auch mal eingeblendet im Gameplay. Und eure Angriffsart ist halt mit diesem Wasserkopf den Gegnern wie eine Kopfnuss zu verpassen. Natürlich könnt ihr auch, denn weil ihr anscheinend ein sehr starkes Gebiss habt, dann auch damit dann halt irgendwelche Klippen irgendwie hochhangeln und so weiter. ist ein nettes Spiel, finde ich echt nicht verkehrt. Ja, ist halt ein wirklich guter Plattformer. Also, ich muss mal ein bisschen mehr den Flow da irgendwie reinbekommen. Also, ihr kennt es wahrscheinlich sicherlich, weil das Spiel spielt sich so ein bisschen anders als jetzt so ein klassischer Plattformer. Deswegen muss man sich da so ein bisschen mehr drauf einlassen. Aber ich denke mal, das könnte es wert sein. Auch das ist jetzt kein Super Mario Land 2 irgendwie Konkurrenzkandidat, aber durchaus nicht verkehrt, würde ich sagen. Als nächstes habe ich den Arcade Classics Centipi und Millipidi. Ja, auch das sind natürlich beide Spiele, die so ganz, ganz alte Spielhallen, Urgesteine sind, sehr, sehr simpel, wurden hier halt auf den Gameboy portiert. Ich bin ehrlich gesagt nicht so der super große Fan von diesen ganz alten, klassischen Arcade-Spielen, weil ich finde, die sind schon wirklich sehr, sehr einfach. Kann man gut spielen oder gut auf dem Gameboy portiert, aber hier wurde halt nichts großartig dazugegeben, was ich halt etwas schade finde, weil ich finde, das hätten sie ruhig machen können, da vielleicht noch einen anderen Spielmodi dazu oder irgendwie sowas. Und deswegen finde ich schade, dass da so ein bisschen die Chancen irgendwie verstrichen sind. Aber ist okay. Denn als nächstes habe ich Whatland. Auch das ist leider eines der etwas teureren Spiele. Ich glaube, ich habe dafür 60 Euro bezahlt, weil ich das richtig im Kopf habe. Da gab es ja vor ein paar Wochen schon Tests von und da bin ich irgendwie drüber gestolpert. Ich habe das Spiel noch nie, wirklich noch nie gehört und das mag ich auch an dieser Sammelleidenschaft, weil ich beschäftige mich schon seit so vielen Jahren irgendwie hier mit dem Thema und es passiert immer noch, dass ich über irgendwie Spiele stolper, die ich irgendwie nicht kenne. Eine wunderbare Sache, finde ich. Und ja, das ist auch so eine Art kleines Arcade-Spiel. So ein bisschen wie Bubble Bobble oder sowas will ich nicht sagen. Also ihr habt immer so ein Bildschirm mit verschiedenen Ebenen. Ihr müsst halt alle Gegner dort erledigen und geht dann halt zum nächsten. Ist wirklich so, kann man gut vielleicht runterspielen, sage ich mal. Ist halt auch hier nichts Besonderes, aber durchaus mal einen Blick wert. Ob natürlich jetzt dieser teure Preis ein Wert ist, nur für das Spiel selbst und nicht für die Sammlung. Das muss natürlich wie immer jeder selber wissen, aber reinspielen könnt ihr da auf jeden Fall mal. Dann als nächstes Mistspiel Barbie Girl oder Barbie Game Girl. Da habe ich ja vor einigen Wochen ja auch denn so ein bisschen ein abgeändertes Panda-Quizig-Format mitgemacht. Also das Spiel hatte ich für immer vor Urzeiten. mein Quizig-Format klassisch, wo ich unvorbereitet in ein Spiel reingehe und das so ein bisschen anspiele. Und das habe ich jetzt vor ein paar Wochen mal so ein bisschen so als Testballon mal ein bisschen mehr so als Test oder als Erlebnis irgendwie verarbeitet. Wenn nicht, könnt ihr gerne da mal reinschauen. Ich denke mal, das Video ist ganz gut angekommen. Ja, das Spiel ist Mist. Also das merkt ihr auch irgendwie schon. Ihr startet das Spiel, ihr seht den Spielersprite und wisst schon, das kann nichts werden. Und genau so ist es. Also ich finde es wirklich schade, dass mit solchen Spielen so ein bisschen zu sehr auf Kommerz irgendwie getrimmt wurde. Weil ich kann mir da vorstellen, klar, Zielgruppe waren halt die kleinen Mädchen. Die haben so mit Videospielen nicht unbedingt so was irgendwie am Hut. Also zumindest war es bei mir damals so, dass eher die Jungs zu Videospielen gespielt haben und die Mädchen nicht. Und dann kriegen die halt wirklich so ein Spiel und dann ist das so scheiße. Das finde ich so schade. Weil ich will nicht wissen, wie viele kleine Mädchen dann davon abgeschreckt wurden. Und vor allem, ach, Videospiele sind alle kacke irgendwie. Aber geht weit, weit, weit drum herum um das Spiel. Als nächstes habe ich Caesars Palace. Habe ich auch lange nicht mal in der Sammlung gehabt. Das ist jetzt auch so eine Art, ich sage mal, Lückenfüller. Ist halt eine Casino-Simulation. Ihr könnt da, ich glaube, Blackjack spielen, ihr könnt da Roulette spielen. Solche Spiele gab es damals irgendwie sehr weit verbreitet. Was ich persönlich irgendwie sehr komisch finde, weil, warum? Gut, ich bin jetzt eh nicht so der Glücksspiel-affine Mensch irgendwie. Höchstens mal Lotto spiele ich mal ab und zu. Aber ich denke mal, wenn man nur virtuell irgendwie Geld setzt und sowas, da fehlt auch der komplette Reiz. Weil es ist ja alles zufallsgebunden und verstehe ich nicht. Aber auch das gab es auf dem Game Boy. Hey. Als nächstes habe ich den Soccer. Ich mache es kurz. Nein. Wirklich. Nein. Ich habe das Gefühl, so wenig Mühe sich die Entwickler bei dem Namen des Spiels gemacht haben, so wenig Mühe haben sie sich auch beim Spiel an sich gegeben. Und das sagt vieles aus. Ihr seht es am Gameplay eingeblendet. Puh. Ich brauche es nicht. Sagen wir es mal so. Dann schnell weiter zum nächsten Garfields Labyrinth. Hat das Spiel natürlich mal wieder nicht viel mit Garfield zu tun. Ist halt so ein allgemeines Action-Rätsel-Spiel, wo ihr natürlich den verschiedenen Bereich habt. Ihr habt den Garfield, müsst Gegnern ausweichen, Gegenstände finden und so weiter. Gefühlt gibt es dieses Spielprinzip wirklich dutzendweise. Es kann auch sein, dass es einfach ein Reskin ist. Ich glaube, auf andere Märkten ist es nicht mit Garfield erschienen, sondern mit anderen. Weil das Spiel an sich hat mit Garfield nicht viel zu tun. Da merkt man, okay, da wurde halt ein Spiel genommen als Basis. Okay, das verkauft sich nicht. Ja, die Garfield-Lizenz, die ist gerade etwas günstig. Dann haben sie halt das genommen und dann hat da ein Spiel draus gemacht. Und andere merken, weil da vielleicht Garfield nicht so beliebt ist oder weil da die Lizenzrechte zu teuer waren, dann haben sie halt was anderes genommen. ist halt so etwas wie Bugs Bunny Crazy Castle. Ist okay, aber hat leider mit Garfield nichts zu tun. Und das nächste Spiel ist dann auch gleich der große Preiskracher. Ich habe das extra hier irgendwie so ein bisschen in die Mitte gewühlt. Es ist Beethoven. Vielleicht der eine oder andere hat es am Thumbnail schon so von der Farbe her gesehen. Ja, das ist wirklich leider ein Kandidat, der sehr teuer ist. Ich habe jetzt sage und schreibe 270 Euro für bezahlt. Ja, muss ich dazu was sagen. Ist halt leider, es ist für die Sammlung. Das Spiel an sich ist wirklich Mist. Ihr startet das Spiel schon. Ihr seid nach der ersten 5 Sekunden verwöhnt, was ihr machen sollt. Grafik geht in Ordnung, Technik geht in Ordnung, aber der Spielablauf ist einfach nur kurios. Klar, es gibt auch schlechtere Spiele, aber das ist wirklich so der Inbegriff einer lieblosen Lizenzversofftung, wo sie das Geld eher so in die Lizenz wahrscheinlich reingeballert haben, anstatt in die richtige gute Entwicklung. Es gibt halt wirklich gute Spiele, die wirklich auch sehr teurer sind, wie zum Beispiel Hammering Harry, Trip World und so weiter. Das sind wirklich gute Spiele. Das fällt in die Kategorie leider teuer, weil es selten ist und nicht, weil es gut ist. Deswegen auch hier, wenn ihr jetzt ein Spiel wollt, macht es lieber im Emulator oder ähnliches, aber für die Sammlung muss es eben sein. Also muss es natürlich, es muss gar nichts. Als nächstes habe ich den Krustys Funhouse. Das ist das andere gute Simpsons-Spiel, was ich schon angesprochen habe. Nämlich Krustys Funhouse und Itchy & Scratchy Miniature Golf Madness, also das Golfspiel mit Itchy & Scratchy. Das sind wirklich die einzig guten Simpsons-Spiele, leider nur und die anderen sind nicht gut, wobei auch das ist eher so ein Reskin von einem anderen Spiel. Ich glaube, das Original-Spiel, das war original ein Amiga-Spiel. Das Spiel ist übrigens auch auf dem Super Nintendo erschienen und ich glaube auch auf dem NES oder nur auf dem NES bin ich mir leider etwas unsicher. Das Spiel ist halt super. Ihr spielt Krusty und ihr müsst eine Mäuseplage im Prinzip ja lösen. Das ist ein Action-Puzzler und ihr müsst halt so ein bisschen Lemming-mäßig müsst ihr den Weg für die Mäuse bereiten, dass sie in eine Vernichtungsmaschine irgendwie gelotst werden und halt ja auf die Farm irgendwo im Ländlichen gebracht werden. Sagen wir es mal so. Und dafür müsst ihr halt entsprechend immer immer die Wege gucken zum Beispiel okay, hier verschiebe ich einen Block hin damit sie dann die Treppe da hoch zu der Maschine irgendwie nehmen können und so weiter. Es fängt einfach an wird immer komplexer natürlich ja verschiedene Möglichkeiten und so weiter. Auch hier hat es leider nicht viel mit den Simpsons an sich zu tun aber das Spiel ist wirklich ganz gut. Ich frage mich nur wieso sie da unbedingt das Krusty für benutzen mussten aber vielleicht war der als Lizenz nicht so teuer ich weiß es nicht aber jedenfalls ein gutes Spiel wird demnächst jetzt auch irgendwann bald mal ein Test dazu kommen. Und als nächstes habe ich hier Waste Days da habe ich glaube ich auch schon mal eine Quilzig-Folge davon gemacht das ist quasi zwei Rennspiele in einem und da könnt ihr euch vielleicht schon denken okay die haben zwei Spiele in einen Kaltwisch gepackt dann wird wahrscheinlich jedes der beiden Spiele richtig Hammer sein oder? Ja eben nicht da wäre es natürlich wirklich schöner wenn sie wirklich ein Rennspiel in ein Prinzip genommen hätten und das halt wirklich gut gemacht hätten weil hier habt ihr zwei Unterschiede ihr habt ein Rennspiel aus der Ego-Sicht wo ihr eher so ein Jeep fahrt und halt ein Spiel aus der Draufsicht wo ihr dann halt so einen Rundkurs mit ja keine Ahnung was das sein soll Formel 1 also irgendwie so typische Rennwagen fährt und halt beide sind halt nicht wirklich gut also grundsätzlich sind sie beide okay aber wirklich nicht super umgesetzt worden da hätte ich mir wirklich eher gewünscht okay Leute ihr habt hier zwei kleine Spiele irgendwie portiert wahrscheinlich ich schätze mal auch so Amiga-Spiele die irgendwie runtergedampft wurden oder ähnliches aber es geht wirklich besser denn lieber ein Spiel und das richtig machen als nächstes habe ich Disney's Aladdin das ist leider ein nicht ganz so guter Port auch da wird bald ein Test dazu kommen den habe ich eigentlich schon fertig gemacht muss ich mal gucken wie ich den veröffentliche hier haben sie halt wirklich sehr krampfhaft versucht die Mega Drive Version zu nehmen nicht die Superinterno Version komischerweise und halt wirklich so gut es geht 1 zu 1 auf den Game Boy zu portieren das heißt Grafikstil und so weiter wir haben aber schon bei Doggy Kong Land festgestellt dass so eine 1 zu 1 Portierung von 16 Bit Grafik auf eine Game Boy Grafik nicht ganz so gut ist und das ist hier genauso also ein grafisches Stil sieht auf dem Standbild super aus aber in Bewegung halt sehr verwirrend weil ihr nicht klar erkennen könnt wo sind hier irgendwelche Plattformen wo ich hier vernünftig langlaufen kann die ganze Steuerung das wirkt alles so ein bisschen wie in Zeitlupe also es wirkt halt nicht sehr flüssig und das ist schade also da hätte man so mit ein bisschen mehr Anpassung und vielleicht auch so einer Eigenprogrammierung oder für den Game Boy also keine Portierung die angepasst wurde sondern einfach okay gut das ist keine Game Boy wir optimieren das jetzt da wirklich drauf das hätte wahrscheinlich mehr Spaß gebracht deswegen ist es leider leider ein relativ schwaches Spiel denn das vorletzte Spiel haben wir Chuck Rock auch das Spiel ist ein Spiel wie BC Kid das so ein bisschen in der Steinzeit spielt ihr spielt ja den Charakter den Gestaltzeitmenschen und ja müsst halt mit diesem Plattformer die Level bestreiten ich kam nicht weit ich hab reingespielt ich kam nicht weit das Spiel ist halt sehr verwirrend ich glaube es kann gut sein wenn man sich drauf einlässt nur es ist halt wirklich auf den ersten Blick sehr sehr verwirrend und daher nicht so gut leider aber ich denke mal wenn ich es vielleicht mal ein bisschen Ruhe habe und eine zweite Chance gebe dann könnte das definitiv was werden und als letztes Spiel habe ich Arcade Classics Asteroid und Missile Command auch hier reine Arcade Portierung von diesem Format gab es ja ich glaube vier oder fünf Spiele ich glaube vier die halt immer zwei dieser ganz klassischen Arcade Sachen nehmen und dann halt auf den Game Boy bringen wie schon angesprochen bin ich kein riesen Fan von diesen Arcade Sachen deswegen ist okay sind natürlich beide Klassiker kann man gut spielen wurden halt wirklich 1 zu 1 portiert im Prinzip das was ich vorhin gesagt habe könnt ihr hier wiederholen aber ist okay ja und dann waren das schon meine Pickups wie gesagt es würde mich mal ein Kommentar freuen wenn ich euch auch immer die Preise sagen soll was ich bezahlt habe ansonsten vielen Dank dass ihr wieder mal reingeschaut habt und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag egal was ihr noch vorhabt macht's gut ihr Lieben tschö tschö Bis zum nächsten Mal.